Willkommen zurück zu Tales of Visperia und wir betreten in die Wüste... ...oder beziehungsweise die Oase, denn die kommt noch vor, der großen Wüste da hinten. Gott sei Dank. Ich brauche neue Matten. Dann denken. Es ist eine静e Stadt, oder? Aber es ist eine heiße Stadt. Es gibt auch hier, oder? Es gibt auch einen kleinen Ort, oder? Es gab nur noch so viele Leute, die in der Zeit gekommen sind. Das heißt, wir haben einen Schwerpunkt zu finden. Wir können hierher gehen. Kannst du gehen? Also, du willst noch ein bisschen mehr sein? Es war ein bisschen Spaß, aber es gibt ein paar Sachen mit Pati. ... Ja, dann gehen wir. Ja, bitte bitte. Ich würde es nicht mehr so machen. 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 Alles klar. Shoppen und den Koch da hinten befragen. Die Kaiserlichen Ritter Ich kann jetzt die Inhalte nicht alle umfitten, also warten mit dem Outfit ändern noch, bis ich wieder alle dabei hab. Hier ist die Gaststätte, da treffen wir uns nachher erst wieder. Das ist die Wüsten-Oase Mantaik. Wir sind derzeit in Alarmbereitschaft. Jede verdächtige Bewegung führt zu fortigen Festnahme. Vergesst das nicht. Ich weiß nicht, ob ich in der Welt weiß, dass ich die Gilder der Ruins-Gate, die in der Gilder schlussendet wurde. Ich weiß nicht, ob ich sie nicht für wirklich keine Tröben. Es gibt auch noch die Gilder der Welt. Es ist auch ein bisschen schwierig. So... Wenn Karol gut und glücklich richtigIFträt werden kann, dann wäre ich das Wüsten. Ich habe der Wüste von Brave Fenster gewonnen. Ja, genau. Ja, genau. Jetzt bin ich Feroe. Ja, wenn ich in den Zawack gehe, dann geht's los. Hey, wenn ich diese Anrufe endet, dann kommen wir zu Dungresto? Ja, genau. Ich glaube, das war schon so. Ein bisschen dauernd, aber mal sehen. Ja, fällt mir jetzt irgendwas ins Auge, was ich geil finde. Da klingen ein paar Sachen ziemlich neu und cool, ja. Mal gucken. Hä? Was? Reisende haben hier draus nichts zu suchen. Geh zur Gaststätte, bleib dort. Sir. Ich wurde in diese Wüste abgeordnet, gleich nachdem ich in der Brigade beitrat. Ich verstehe diese Mission zwar nicht, aber ich werde ihm mein Bestes geben. Ich habe mir wohl in einem Auge behalten. Oster, das ist gut. Ich habe mich hierher verabschiedet. Was ist das? Du wirst mit einem wunderschönen Gesicht machen. Ich war auch ein bisschen am Wundern seiner Herzen. Das war nur schuldig, er sich bei ihm. Ich habe mich hierher gewaltt. so gut handelt zeit ganz ehrlich ich glaube ich möchte raus test also ich glaube das dauert wieder zehn minuten dieses shop mindestens und das ist verschwendete zeit ich zeige was ich gekauft habe und dann ist gut so haben wir wieder mittlerweile bin ich armen die kirche raus ich muss ganz ehrlich sagen das ist der erste ob ich das gefühl habe ich müsste geld fahren weil ich kann kaum was kaufen und herrscher dann ja nicht so viel ich habe ein bisschen was neues so nicht hier habe ich das hoch zurückgekult für ihn lernen erst zu ende was wir mit dem damaßgeschäft auch lernen können ist klar ja hier war für ihn jetzt nichts neues großartig neues rüstung glaube ich schon ja sieht man der kettenpanzer ist mit ihm aus repeat muss auch noch erst die fähigkeit von der waffe zu senden lernen und ich habe mir auch nichts anderes gebaut ist das völlig ok ist aber ich habe doch klar ich habe zwei neue halsbinder für ihn nämlich das metallhalsband und der gladiator jetzt mal hier mit an der silberhut ist auch neu kriegt ja auch ist okay und rüstung hat auch eine neue ich habe auch hier ein paar sachen gekauft aber ich muss ganz ehrlich sagen es war schwer zu kaufen ohne alle dabei zu haben weil man dann nicht vergleichen kann aber ich denke ich bin zufrieden ich habe kein geld mehr also mehr kaufen also schon okay noch so viel geld durchbehalten dass ich den rast im in bezahlen kann wenn wir das müssen und gut ist das muss reichen ich muss sagen jetzt erst zum ersten mal sinnvoll haben zu gehen was ich jetzt nicht kann weil ich gerade am anfang der aufnahme bin aber mal sehen der soldat steht einfach da statt der verkäufer an er bewegt sich überhaupt nicht wer schläft da ja irgendwas ist doch komisch dieser stadt oder alle schließen sich ihren häusern ein und dann dieser ganzen soldaten was geht hier was wir haben nur wir kaiserliche ritter zu tritt du hast hier nichts zu suchen los aber doch ich noch kassierer ja ja ちょっと散歩になそっちこそどこ行ってたんだこれから行く砂漠ってどんな ところか見てきたの 下見は必要だよな ねどうだった 暑かった そんなことはそんなことは分かってんよ でも思ったほどじゃなかった ん いや フェローはいたかってことなんだけど そう ねー 行ったらよかったんだけどね まあ そんな簡単に見つかったら背はないよな あ なんだよ もう一回自分の目で確かめてくる いや いいね もし行くんだったらみんなで行ったほうがいいだろ あら そう あら 2024 なosa目玉 めっちゃ善い あら 本当に ちょっと ここに 温まる Eher der schweigsame Typ. Es ist so heiß. Hier berühren mal meine Rüstung und meinen Helm. Man könnte den Spiegel weiter beraten. Du hast mich gewonnen. Du bist ziemlich gut. Zur Belohnung zeige ich dir, wie man kocht. Das wäre ein schönes Rezept. Curry. Ich gebe dir das hier zum Üben. Ich muss los. Wir sehen uns. Es ist ja gut, mein Rezept zu bekommen, was prinzipiell... Ähm... Ne? Nein, was prinzipiell immer wieder ein bisschen mehr AP hat. Weil Sandbaches halten ja nicht viel AP. Steckst dabei eine kleine Menge. Es muss ja irgendwas geben. Ah, eine mittlere Menge von Cafe. Curry ist genau das, was ich wollte. Bei Curry sollten wir echt zuschlagen, was die Zutat angeht. Das einzige, das wir noch wirklich stark brauchen hier, ist Reis. Aha. Der Wunderreporter. Ich dachte gerade, das ist der Soldat, den wir ansprechen können, aber nee, das ist zu weit weg. Oh, du hast mich gefunden. Während du schläfst, schleiche ich mich immer rein und aktualisiere deinen Wunderaller nach. Oh nein. Du kennst mein Geheimnis. Aber du bist der Erste, dem ich das erzählt habe. Ist in Ordnung. Das bleibt zwischen uns und die Schleiche weiter in dein Bett und wirke meine Wunder. Wow. Toll. Oh nein, ich glaube, ich habe gerade den Reparaturkodex der Vertraulichkeit verletzt. Reporter. Nicht Reparatur. Auf Wiedersehen. Das macht mir Angst. Okay. Jeder, der die Höchste durchqueren will, muss genügend was damit sich führen. Wenn man nicht genug trinkt, verschrubbelt man bald wie eine Mumie. Ich halte das nicht mehr aus. Warum zum Henker müssen wir in einem Ort wie diesen auf die Bürger aufpassen? Yuri. Yuri. Ja. Du hast keine Ahnung, oder? Du hast doch so ein gefährliches Ort, wie das? Rita, du hast keine Ahnung, dass du so ein kleines Gesicht hast, oder? Du hast keine Ahnung, dass du so ein kleines Gesicht hast, oder? Du escuchest ihn gefragt, oder? Du hast auch keine Ahnung, oder? Aber ich bin ziemlichâte. Es ist die Ehre Roman einer Blast von Bravo-Speria in der Story. Wenn du bist, dann aber wir denkenen, können we fahren. Auf geht es Enemy und machen wir dich, was bei dir rejoice. Lukas sich nehmen oder unter anderem... asteroier deine père Absprache? Aber es ist gar nicht so, was ich tun kann. Was ist das? Wir sind noch im Wasser, oder? Was ist das? Wir haben noch einen schönen Weg zu suchen, oder? Ja, du hast dich, du hast mich zu entfernen, und du hast dich überrascht. Ich glaube, das ist genau das. Du bist, du bist so großartig. 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 Ich habe die Nachricht, die Maris-Stella mit mir gezwungen. Ich bin sehr froh. Du bist so großartig. Du bist so großartig, wie du das Kind von I-Frieden hast du? Ich habe dich gesagt, dass du das Kind von I-Frieden hast. Du hast dich gesagt, dass du das Kind von I-Frieden hast. Du bist so großartig. Wenn du das Kind von I-Frieden hast, kannst du das Kind von I-Frieden nicht machen. Wenn du die Kind von I-Frieden anstattest, du bist so großartig? Doch ich glaube, dass der Welt der Gilder leben können, den ihr von den Eifrieden nicht verraten. Ich bin sorry, dass der sich mit einem anderen Seite und sich zu Ende der Menschen mit dem Menschen mit ihr zu kommen. Ich bin mir vor die Gilder, dass mit mir die Gäste des Gehirns ein. Wenn du diese Gilder in diesem Fall schästst und das Gilderinnen niederlässt, dann mach dich. Gilder, die Gilder in der Erde ist der Gilder. Ich bin nur auf die Fähigkeit, die ich nicht so gut bin... Ich kann nicht sagen, was das so? Wie ist das? Was ist das, was ich mit dem Fähigkeit vor dem Angriff der Fähigkeit zu tun? Ich weiß nicht, was du mit dem Fähigkeit vertreten? Ich weiß nicht, was du? Ich weiß nicht, dass du auch ein Fähig nicht wissen, ob du es nicht so gut ist. Ich weiß nicht, was du? Ich weiß nicht, was du? Aber das ist ja vollkommen egal. Das sollte nicht beeinflussen, wie er mit dir umfringt. Das ist ja nicht so, dass ich nicht so, wie ein Mensch ist. Ich weiß nicht, was ich? Ich weiß nicht, was ich. Das ist das. Das war, dass ich mich nicht sagen kann. Das ist das, was ich. Ich weiß nicht, was ich sagen, was ich sagen, ist es schon ein bisschen zu sein. Ich weiß nicht, dass ich keine Lust habe, und ich will immer noch etwas zu finden. Ich brauche mich nicht, was ich schlafen. Wenn ich mich so kassier, dann bin ich nicht so, wenn ich mich so fiel. Ich habe mich nicht so, dass ich mich nicht nur so schlafen. Aber wenn ich nicht so, dann kann ich es nicht so, dass ich nicht so schlafen. Ich habe mich nicht so, dass es nicht so, was mir jetzt. alles klar ich glaube es haben wir alles gemacht oder das heißt wohl auf zum innen ich habe es verpasst muss ich was bedenken nein ich glaube ich habe alles getan gut dann auf in die gute stube ich habe es nicht hier ich habe es nicht hier ich habe es nicht mehr, wenn ich keine Kugel habe ich verstehe ich will wirklich gehen? ich gehe, was ich? ja ich habe es gesehen, dass ich in der Norde-Polica gesehen habe, dass ich nicht kontrolliert habe Untertitelung des ZDF, 2020 Wie soll die Erde nicht rischen? Ja, ich kann so etwas machen. Was soll? Ich werde nicht hier mit Estel verlassen. Wenn ich mit Sie dann. Ich will. Es geht einfach. Aber ich kann es nicht. Wie ist es jetzt so, als ich so beschäftigt? Wieso? Es ist nicht ganz ehrlich zu sein, oder? Wir sind noch bei den Vorbereitungen. Kommen wir ein bisschen später wieder. Ich habe es fast befürchtet, aber heißt es wieder, ich muss mit irgendjemandem doppelt reden? Ich habe ja auch nicht mit allen geredet. Oder gehe ich jetzt raus und bin bis abend? Weil ich das letzte dran war jetzt bei mir. Nee. Das heißt, ich werde immer mit allen quatschen müssen. Ah ne, da kommt eine Szene. Alles klar. Alles gut. Was ist das? Ich habe noch nicht die Esterleitung. Wir sind mit allen, dass wir uns wiedersehen können. Was ist das? Was ist das denn? Wir gehen mit allen? Wir gehen mit allen. Das ist meine persönliche Willen. Was ist das? Das ist das, was wir tun. Das ist das. Das ist alles. Ich werde mich nicht mehr mit meinem Geist machen. Geist zu tun, Fugii zu tun. Was ist das für mich? Ich denke, dass ich Ester nur in der Nähe des Fugii gehen kann. Ja, ich bin nicht so großartig, Karol. Ja! Aber ich bin sehr glücklich, aber ich bin sehr froh. Aber es ist egal. Es ist egal, Estel. Was haben Sie denn auch? Siehst du nicht? Es ist egal, dass wir alle zusammen gehen. Ich bin Angst, aber ich werde nicht ohne Ester. Sie, bitte sagen Sie, was Sie. Wenn Sie hier so gehen, dann können Sie sich nur die Stadt zurückkommen. Das ist auch so schlimm. Wenn Sie mit Ihnen kommen, dann gehen Sie? Wie geht es? Ja, ich habe mir gedacht. Ich habe alle versucht, um zu tun, um zu tun, um zu tun. Aber ich habe nicht gedacht. Ich habe auch gedacht, um zu tun, um zu tun, um zu tun. Ich habe auch gedacht, dass ich mich selbst herausfinden. Ich habe auch versucht, um zu erreichen, um zu erreichen. Ich habe auch eine Art Kugelung. Ich habe es gesehen. Ich habe es nicht in den Kugelung, den Kugelung. Was? Ich habe keine Kugelung, das nicht mehr zu tun. Rita? Rieta gibt es auch nicht, wenn man hier kommt. Erl-Kreine zu holen, oder? Du bist wie ein Verrücker, nicht wahr? Erl-Kreine ist nicht weg. Erl-Kreine ist nicht weg, also wir gehen wieder. Aber wir werden in dieser Stadt bereit sein, und immer wieder gehen. Entschuldigung, bitte. Das war das erste Mal. Ja! Vielen Dank. Was? Judith? Wirklich? Wie geht's? Ich gehe in den Schwerpunkt der Schwerpunkte. Ich dachte, ich habe mir das bereitgestellt. Ich habe mir das Geld verdient. Der Wirt wird uns helfen. Wenn du in dieser Stadt rauskommst, musst du viel Zeit machen. Ossan, nur aufzuhalten? Ja, genau. Willst du dich zusammen? Wie soll ich das machen? attacken als tp schaden verursachen was gar nicht mal so verkehrt ist denke ich aber was alles ging bei ihm auch gar nicht also wir hatten nicht viele optionen aber dafür haben wir neue neuen deutsch endlich weil wir diesen sand endlich hatten und die eigentlich kraften konnten silberschutz ist der neue und bessere ich glaube der würde ich lieber erstelle geben er kann tatsächlich den neuen umhang haben ich habe mich durch einen guten umgang gekauft oder ne habe ich nicht vielleicht kein geld mehr hatte jetzt erinnere ich mich die überschieft habe ich aber gekauft für sie eine gute option als upgrade du bekommst bitte einmal den silberschutz was den panzer ja schon du kannst die alten stiefel haben von st gehe ich ein bisschen aber schon okay so hier hatte ich nichts mehr für eine spitze das besser für ihn immerhin neue tasche für ihn habe ich tatsächlich das traurig dass er ab immer mehr abnimmt aber naja damit hast du alles gelernt ich habe jetzt eine andere option für dich ich habe gekauft wenn ich mich nicht irre ich habe ich gehe jetzt mal das ist aber so aber da müsste ich für ihn verkaufen aber ich sag ja schon ich glaube ich muss echt mal ein bisschen fahren mir das mehr ist meine punkte gefühlt habe ich muss zumindest das geld fahren weil ich sonst ganz viele leute habt ihr nicht mit adäquat auslösung laufen wieder sind neue sachen lernen können und das ist ja ein bisschen schade judef hat auch sehr viele sachen sie lernen kann die wüste ja Dann gehen wir mal rasten. Und gerne nochmal speichern, man weiß ja nie, ob man irgendwie nachts überfallen wird oder sowas. In diesem Spiel. Willst du fahren? Willst du kommen? Willst du in der Stadt von Nizu und Kou-San-Mann-Tai-Ko? Was ist dieser Stadion? Was ist dieser Stadion? Ich werde noch nicht mehr Geld überfahren. Ich werde noch nicht mehr Geld überfahren. Ich werde noch nicht mehr Geld überfahren. Dann gehen wir langsam. Das ist eine ganz andere Umgebung, diese Stadt. Es ist ein wenig... Der Mann der Geist ist mir auf der Augen... Im Moment, heute Nacht ist es zu Hause. Aber wenn es sich um Geist auf der Geist auf den Geist aufhören, werden wir nicht mehr so fühlen, oder? Er ist mir das? Es wird sich natürlich... Wenn ihr euch so gut, dann könnt ihr mich behalten. Allez, alle sind zu Hause. Lass uns nicht mehr so sein. Hmm... Schön, Hiru. Ich habe mich geholfen. Ich weiß nicht, was ich wissen, was ich weiß nicht, aber ich glaube, dass ich mich nicht mehr auf dem Boden bin. Das Porträt sieht ein bisschen aus wie er nur blond. Oh Gott, ist das eine Gameplay-Mechanik? Danke, ich helfe dir. Nein, nein, nein. Ich meine, das ist das Kultus-Mechanik. Hier, in der Mitte des Abstandsblend liegt es in der Nähe des Abstandsblend. Daher müssen wir mit dem Wasser verwenden. Ich weiß. Ich weiß nicht, was ich hier war? Sehr seltsam. Verius no ubaq ni nori da shita mitaiですね. Cono machi ni, tei-koku no shitssei-kang-ga fu-niin-ste-kita-no mo, somo hamon mitaiですね. Kishitan ga Verius o tska maeru no? Nande mo tauhgi-jo no du-che ga, zin-ma-sen-so-o no ura de ito o hitetarra shi desi des kara. Verius ga? Kono machi-de-wa so hu-wa-rete-mas. Also, wenn der Fall der Fall der Fall nicht mehr, der sich nicht überrascht, ist es, was ich nicht. Oh, das ist ja schon. Bis zum nächsten Mal. Wie viel用. Danke für deine Unterstützung. Oh, das ist es, was ich... Ich bin bei dir, dass ich mich nicht in die Haube. Dann gehen wir zum See. Ich habe auch noch Wasser, um-oh, das ist gut, und was es ist gut. Oh nein, du gehst! Der Schuss zu den Schuss-Leyen, den Schuss an zu den Schuss-Seig-Kan? Oh nein, wir gehen zu uns bei meinem Schuss-Seig-Kan! Das war's für heute. Vielen Dank, Herr Herr! Meine Frau! Meine Damen und Herren, was ihr? Ich bin Arif. Meine Freundin ist Laila. Wie war der Vater und meine Frau? Ich habe mich verletzt, und ich habe mich in den Kampen gebracht. Ich habe mich verletzt, und ich habe mich verletzt. Ich habe mich verletzt. Ich weiß, was ich? Es geht nicht um den Fero? Ich weiß... Aber was soll das Feroe über die Feroe tun? Ich sehe die Menschen dafür, was ich? Hey, Herr Kollege, kannst du nicht mitternommen? Verlust, wenn du in den Späten gehen kannst, wirst du auch nicht sterben. Oh? Jüdice? Ich bin zu suchen. Das ist doch nicht so, dass ich mich nicht in den Schrauben gehe. Ich bin wirklich? Ich bin nicht so, dass ich mich nicht so schraub. Ich bin nicht so, Karol. Das ist gut, nicht wahr? Ja, das ist gut. Ich bin so schlecht. Ich bin mit einem Schwer. Ich bin mit einem Gehirn. Das ist das Gefühl, was ich für ein Schwer? Ich bin mit einer guten Schwer. Danke, meine meine Tochter! Ich will das für mich. Ich werde das für mich! Ich werde das für mich. Ich werde das für mich. Ein Schweres? Das ist ein Schweres. Das ist eine Schweres. Das ist ein Schweres. Genau, Karol. Ja, das stimmt. Aber... ... der Volk ist ein Feroe. Oh Gott... Es ist eine große Herausforderung, warum hast du in so einem riesengroßen Ort gelegt? Ich habe nicht gelegt, dass du in der Oasis herausgefunden hast. Ich habe mir vorhin eine sehr geehrte Stadt erzählt. Ich hab' dir geholfen. Ich hab' dir auch geholfen, dass ich mich über den Schild und Blastier mitgebracht habe. Wer kann in diesem Moment nicht mehr so gut verkaufen, was ich mich so liebe. Das stimmt, was ich noch mal raste. willkommen sechs personen und ein hund macht 400 geld keine musik direkt hsszene hey estelle oh juli ist es das was du uns als bezahlung geben wolltest ja es ist ein andenken an meine mutter sei laulest du für alle zeiten deine mama ist sie tot ja sie starb als ich klein war was ist mit deiner mutter juli die starb hat sich ein baby war ich habe mich mal mehr an ihr gesicht erinnern ich verstehe ich dachte ich wäre die einzige die ohne vater mutter aufgewachsen ist aber bitte mach jetzt nicht geschwister aus den beiden aber du und carol und selbst rita ihr seid auch alle ohne eltern groß geworden naja ich wurde mehr oder weniger von den gesamten unterscheid erzogen bei mir hat jeder im schloss mit geholfen dieser vogel macht mich fertig aber manchmal fühlte ich mich einsam dann betrachte ich dieses andenken und dachte meine mutter so ging es mir etwas besser warum willst du etwas für dich so wertvolles weg geben sollst du es behalten und darauf auch passen seit ich auf dieser reise bin habe ich das andenken an meine mutter völlig vergessen ich glaube es liegt daran dass du in der nähe bist juli ich brauche es nicht mehr ich fühle mich ja nicht mehr einsam willst du es loswerden wir alle müssen unsere erinnerungen hinter uns lassen die anderen sind alle tapfer und denken nicht mehr an die vergangenheit auch ich muss lernen erwachsen zu werden und an die zukunft zu denken wenn du es nicht mehr haben willst werde ich es für dich aufbewahren juri es wird die zeit kommen da du es brauchst du wirst darüber nachdenken wollen was aus dir geworden ist du wirst es brauchen um dich daran zu erinnern wer du früher warst und wie sehr du dich verändert hast du sollst jetzt keine voreigen entscheidungen treffen die du später vielleicht bereust vielleicht hast du recht aber bitte passt du bis dahin darauf auf juri wenn ich meinen weg aus den augen verliere werde ich vielleicht darauf zurückgreifen daran ist auch nichts verwerfliches mutters andecken ein andecken von der stelts verstorbener mutter der stelle trägt es immer bei sich dieser vogel alter der hat wahrscheinlich direkt neben dem aufnahmemikro gesessen ok es ist kein spaß ist ein bisschen dämlich und deswegen bin ich froh dass ich die liste habe ich würde da nämlich nie drauf kommen ich muss noch mal hier rasten ich scherze nicht siehst du what the fuck es ist fast so als ob das spiel davon ausgeht aber ganz ehrlich ist es fast so als ob man hier länger sich auffällt weil man vielleicht hier ein bisschen anfängt zu trainieren weil man sie wie muss fürs geld oder aber das kann ich ja nicht so machen wenn die zählen kommen also muss ich jetzt erstmal durchkriegen wohin gehst du der monster hübsch also wollte ich etwas spazieren gehen was war das für ein geräusch was für seltsame geräusche wie eine kutsche oder so keine ahnung dieser lärm was geht da vor sich es ist jetzt leute ihr könnt weiter schlafen mensch jetzt sind wir alle wach dem ich ja lauter nein eins scheint noch zu schlafen nein kein tapioca mehr was ist geschehen draußen war ein seltsames geräusch zu hören als würde jemand etwas schweres schleppen so spät noch das ist merkwürdig sollten wir vielleicht mal nachsehen ich schlafe auch also manchmal repeat stift auch lassen wir sie in ruhe du kommst mit oder ja eine kutsche war doch richtig schnell er wartet auf uns ja so aber welche verwendung könnte man für so ein ding haben du stellst zu viele fragen das hier ist ein sonderauftrag das sieht schwer aus brauche ich die hilfe danke zu freundlich was du bist das das ist ein hopplermblaster oder was habt ihr damit vor lauf ich soll laufen lauf weg du nahe los hinterher endstation jungs sie haben uns unsere fehler auch nicht alle zeugen zu beseitigen um jeden preis aber genug gemohrt mach es ja sir ich benutze einfach dieses ah sag tschüss ah das würde nicht passieren wenn amateure ihre finger vom blastia lassen würden verdammt war sie nur wie das ist gefährlich aber oh nein der kern ist verkohlt es ist zu spät hatte dein spaziergang vielleicht irgendwas mit dem blastia zu tun wovon redest du nur naja jetzt ist es zerstört muss hart sein alles allein zu machen um es vor allen geheimen zu halten ich weiß man kann doch nicht einmal gehen wie wir spazieren gehen ohne dass sich jemand einmischt du willst uns immer noch nicht sagen warum du umherziehst und blastia zerstörst nun ich finde immer noch dass es besser wäre wenn ihr das nicht wisst judef hat folgende basisart gelernt mondlicht kralle ja jetzt haben wir glaube ich alles gemacht was wir hier in diesem innen machen müssen dann vielleicht jetzt auch gerade noch genug geld um zu rasten einmal mehr wäre nicht mehr möglich gewesen gut ich hoffe jetzt einfach mal dass ich rausgehen kann hier trainieren kann weil ich glaube ich würde gern bisschen trainieren hier einfach nur fürs geld weil ich habe nichts mehr und hier hast du so viele sachen zu kaufen und das wäre einfach schade vielleicht kriege ich noch ein paar teile hier in der umgebung natürlich verpasst dir nichts das wisst ihr ja ja da werde ich auch wahrscheinlich bis zum nächsten mal die kleidung ändern ein bisschen wüsten tauglicher machen und dann danke euch fürs zusehen bis zum nächsten mal bye bye bye